Hey, ich habe heute mal eine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal so richtig herzlich und ausgiebig gelacht? Ich meine, so richtig aus dem Bauch heraus. Du überlegst immer noch? Dann glaube ich, musst du heute dranbleiben. Denn ich brauche nicht viel mehr als dein Lächeln. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt in der Bahn, im Restaurant, im Kino, im Café, völlig egal. Du bist einfach draußen unterwegs und beobachtest so die Menschen. Was siehst du da? Was fällt dir da auf? Wenn ich draußen unterwegs bin und ich könnte den ganzen Tag irgendwo sitzen und einfach nur in die Leere starren und träumen, dann gibt es immer eine Sache, die mir ganz besonders auffällt. Ich sehe ganz viele Menschen, die das Lachen verlernt haben. Ich meine, das Leben ist nicht einfach und wir haben häufig das Gefühl, dass es immer komplizierter wird, immer schwerer und jeder hat sicherlich auch sein Päckchen zu tragen, ob größer oder kleiner. Aber den Kopf in den Sand setzen? Ist das die Lösung? Macht es uns glücklich? Weißt du, Lachen bewirkt glaube ich viel, viel mehr als wir denken. Es gestaltet das Leben nicht nur viel unbeschwerter und einfacher, es erwärmt auch das Herz. Aber ich möchte dir sagen, was so richtig cool ist. So richtig cool ist, wenn man gemeinsam lacht, wenn man sein Lachen teilen kann mit seinem Partner, einem Herzensmenschen, der Familie, den Freunden oder einfach in Situationen, die uns Spaß machen, die uns begeistern, faszinieren und die einfach cool sind. Und damit wir das Lachen nicht so ganz verlernen und vielleicht völlig neu für uns entdecken, habe ich heute eine kleine Aufgabe und würde mich sehr freuen, wenn du heute mitmachst. Ich möchte, dass du mir dein schönstes Lächeln schickst. Das Lächeln, was dich persönlich ausmacht, was dich glücklich zeigt. Du kannst es mir gerne in Form eines Fotos schicken, was einfach aus der Situation heraus geschossen wurde oder gerne auch als Video, bitte maximal 5 Sekunden lang. Alle Informationen, wohin und bis wann du mir das Video oder das Foto schicken solltest, findest du in der Infobox unter diesem Video. Und wisst ihr was? Lasst uns die Menschen da draußen noch beweisen, dass Lachen nicht wehtut, dass Lachen Spaß machen kann. Und wie macht man es am einfachsten? Ganz einfach, mit einem geballten Lachvideo. Ich habe nämlich vor, ein Gemeinschaftsvideo zu schneiden aus allen Lachattacken, die mich so erreichen von euch, entweder in Form eines Fotos oder eines Videos. Wie schon gesagt, schicke es mir gerne zu. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mitmachst, damit wir einfach den Menschen da draußen zeigen, dass Lachen immer eine geile Sache sein kann. Dass wir sie mit unserem Lächeln anstecken und ihr Leben vielleicht auch ein bisschen glücklicher gestalten. Ich bin sehr gespannt, was mich alles erreichen wird. Ich glaube, ich werde mich richtig wegpacken. Aber im positiven Sinne, ich freue mich jetzt schon auf den Videoschnitt. Hab Spaß bei dem, was du tust. Und vergiss niemals dabei zu lächeln. Es steht dir einfach zu gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.